Ich muss mich irgendwo verstecken. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hierher. Wenn ja, dann... ...wiss ich auch nicht. Mist. Alter Schwede. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Jetzt verpiss dich. Die Schritte sind leiser. Ist der jetzt weg? Ich hör keine Schritte mehr. Wird er uns eigentlich gesehen? Ich glaube nicht, weil sonst wäre er auch zu uns gekommen. Da ist er nicht mehr. Da ist er auch nicht. Also können wir jetzt hier durch. Ah, scheiße. Der ist doch schon wieder hier irgendwo. Der ist hier irgendwo. Aber ich weiß noch nicht ganz genau wo. Ey, vor allem, ich kann mich nirgendwo verstecken. Habt ihr es noch? Da ist er. Da ist er. Da stand er gerade. Und der hat mich nicht gesehen. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier lang, ey. Weil wenn ja, dann bin ich total im Arsch. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich weiß nicht mal, wo der lang läuft. Mist. Ich hoffe, der kommt nicht hier lang, ey. Oh, bitte bleib, bitte weg. Bitte, bitte, bitte. Oh, scheiße. Da steht er immer noch. Und er hat uns gesehen. Schnell weg. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier lang. Aber wo soll ich mich denn verstecken? Hallo? Da steht er noch. Scheiße. Wie soll ich denn da jetzt hin? Ich kann den aber auch nicht ablinken. Und den schnell abhauen. Das geht nicht. Wie habt ihr denn hier euch das vorgestellt? Sag mal. Weil hier ist ja auch nichts mehr. Je, ich hab die andere Türen noch. Aber... Da war ja, glaube ich, auch nichts. Waren wir da überhaupt drinnen? Ich wüsste es gar nicht. Vielleicht bringt das was. Wenn ich den Arm da hinschmeiße zu denen. Auch wenn er jetzt gerade hier irgendwo, denke ich mal, kommt. Hier, guck mal. Ich hab was für dich zum Fressen. Also mich kannst du immer schön in Ruhe lassen, ja? Auch wenn ich hier drinnen bin. Aber ich will nichts machen. Da steht er noch. Bitteschön. Und jetzt lauf. Lauf, lauf. Schnell wieder in diesen Raum. Ich wüsste aber nicht, ob das was gebracht hat. Aber... Wir werden es sehen. Weil die Schritte werden schon wieder lauter. Es macht mich schon wieder Angst. Ach, nee. Ich wüsste aber nicht, warum ich jedes Mal auf die Steine springe. Obwohl ich ganz genau weiß, dass ich da nicht durchpasse. Oder nicht durchkomme. Ach. Ekelhaft. Guck, guck. Guck, guck. Guck, guck. Guck, guck. Kommt der jetzt hier her? Die Schritte werden immer lauter. Ich will da unten nicht runter gehen. Ich nehme jetzt nochmal das da. Boah, ist das ekelhaft. Vielleicht bringt es ja was. Wenn ich den das jetzt im Wasser rein haue. Ich wüs mal grad mal nicht, warum der jetzt langsam läuft. Ist ihnen das zu schwer oder wie? Ah, super. Da, wo er hin nicht sein sollte. So. Es war denen zu schwer. Toll. Klappe zu. Ist dir das auch zu schwer? Oder nimmst du es erst gar nicht? Nein, das nimmst du nicht. Super. Oh, Mann. Das soll sich verpissen, ey. Ja. Ich hoffe, wir können gleich mal vorwärts. Weil irgendwann will ich auch mal fahren. Und ich will nicht schon wieder sterben. Ich geh jetzt einfach mal hier lang. Aber hier war ja nicht. Ich geh jetzt nochmal hier durch. Ich weiß ja, da ist jetzt nur da hinten. So, wo war denn die andere Tür? Ich weiß es nicht mehr. 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 Aber einen anderen Weg gibt es auch nicht. Da durchzukommen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ey, Scheiße. Das macht mich wahnsinnig. Wieso nicht. Das ist die Leiter. Ja. Ja. Davon, da kamen wir. Hier war dann aber irgendwo noch eine Tür. Ich weiß nicht mehr, wo die Tür war. Scheiße. War die hier? Nee, hier ist eine Leiter. Aber die nimmt er nicht. Das hat man ja schon mal ausprobiert. Hier waren nur Steine. Da ist noch so ein Gitter. Hier ist eine Tür. Ah, hier waren wir schon dran, ne? Okay. So können wir aber wieder zurückgehen. In der Hoffnung, dass es viel weg ist. Äh, wenn nicht, dann habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Ich komme aber auch nicht an die Leiter da ran. Es sei denn, ich finde einen Stein. Pilz? Kann ich einen Pilz mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Ich brauche irgendwas. Irgendwas, was leicht ist. für den hier. Und dann schmeiße ich das einfach mal dagegen. Aber ich finde nichts. Hier braucht nichts. Draußen ist hell. Ich will raus. Ich komme da einfach nicht ran. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist nicht. Das ist irgendwie doof. Wenn du da eine Leiter siehst. Aber du kommst nicht da ran. Hier sind keine Steine. Ich weiß aber auch nicht, wo ich hier Steine holen soll. Und dagegen dazu schmeißen. Oder, keine Ahnung. Irgendwas. Da komme ich nicht durch. Oh Gott. Ach ja, hier war halt das. Mit den Rohren. Scheiße, ey. Ich hoffe, der ist jetzt nicht mal da weg. Weil, ich muss da durch. Und ich bin nicht lebensmüde. Und renne da einfach so durch. Also, so verrückt bin ich noch nicht. Ich geh mal hier lang. Ach nee, lass ja das. Na geh doch mal da lang. Also, wenn er jetzt noch da ist, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Weil, ich hör den doch schon wieder. Der ist noch hier, das wiss ich. Ich rieche den doch. Nee, der ist nicht mehr hier. Aber warum hat er hier das bewacht? Ich will gerade sagen, die Tür. Ja, aber hier ist ja keiner. Doch, hier ist ja noch. Scheiße! Mist! Lauf! Ja, schön! Und wo kam das Vieh denn jetzt her? Alter! Das geht ja mal gar nicht. Bin ich jetzt hier drin, oder was? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh, ey, nö! Lauf! Schön! Wie schnell soll ich denn noch laufen? Der Fallmongol läuft ja nicht so schnell. Der läuft ja schön gemütlich. Obwohl ich eigentlich noch eine Taste drücke, wo er rennt. Tür ruht zu. Okay, jetzt bin ich hier hoch. Oh, jetzt muss ich auch noch eine Leiter drauf laufen. Wie weit hoch? Wie hoch geht denn die noch, ey? Was? Ich hoffe, der ist nicht da oben. Weil wenn ja, dann muss ich wieder runterklettern. Also, der bleibt mir nicht anders übrig. Was ist denn jetzt so? Es gibt nie einen Ausweg. Solche Dinge begleiten dich dein Leben lang. Wie konnte er wissen, ob Henry unten an der Straße oder gar von seinem Haus auftauchen wurde? War er so verrückt? Würde er das tun? Ich weiß es nicht. Ob er so verirkt war. Und ob er was tun würde. Ich will es nur eins. Das Vieh macht mich wahnsinnig. Okay. Was sieht es mit unserer Gesundheit aus? Was geht noch? Ich denke mal, da ist es Vieh drin, ne? Also gehe ich mal nochmal hier lang. Ich hoffe, das ist... Da ist jetzt ein Schier. Nee, ist auch nicht. So, Schier, wir haben auch nicht oder was? Oh, super. Oh, super. Oh, super. Okay, also kann kein Streit sich leisten. Ja, super. Unsere Laterne ist noch voll. Das Öl muss nicht nachgeführt werden. Die Laterne ist voll. Dann machen wir es halt einfach so. Du sollst nach oben gehen. Es funktioniert nicht. Etwas scheint mit der Maschinerie nicht zu tun. Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschinerie. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, was das sein soll. Aber wir werden es schon rausfinden. Ja, es war jetzt Schwachsinn, was ich jetzt mache. Mit der Laterne. Aber... Es funktioniert nicht. Kann ich den jetzt drehen? Nein. Aber ich habe doch hier irgendwie eine Kurbel. Eine Kurbel für eine Maschine. Ja, okay. Aber wo soll ich die Kurbel hin machen? Ich weiß es ja nicht. Das ist es ja. Soll die Kurbel etwa hier dran gebaut werden, oder? Oder wie? Nee. Ich hoffe, das Video kommt jetzt nicht her. Ich habe echt keine Ahnung. Sieht es mit der Laterne aus? Aber nicht viel. Möchte ich mir merken. Ach, scheiße. Das... Das muss ich mir irgendwie...